Jedes Blatt besteht aus einem Oberblatt, das ist hier grün hinterlegt, sowie einem Unterblatt, das ist hier blau markiert. Das Oberblatt unterteilt sich seinerseits in die Blattspreite, das ist auch die Blattfläche. Die Blattspreite geht über in den dunkelgrünen Blattstiel. Beides zusammen, Blattspreite und Blattstiel, ergeben also das Oberblatt. Das Unterblatt besteht seinerseits aus zwei Komponenten, zunächst den Nebenblättern, beim hier gezeigten Blatt eines Weissdorns. Hier oben haben wir die Angabe. Beim Weissdorn haben wir diese Nebenblätter, bei vielen anderen Pflanzenarten jedoch sind die Nebenblätter völlig reduziert und treten gar nicht mehr in Erscheinung, sodass man sie also nicht sehen kann. Der Blattgrund ist bei allen Blättern vorhanden. Der Blattgrund ist eine lokale Verdickung und verbindet das Blatt mit der Sprossachse. Auf der rechten Seite haben wir schematisiert das Blatt des Feldahorns. Hier sehen wir, die Nebenblätter fehlen. Das einzige, was vom Unterblatt übrig geblieben ist, das ist der Blattgrund, also diese lokale Verdickung, welche das Blatt mit der Sprossachse verbindet.